Da wäre die Chance gewesen, sich richtig schön zu distanzieren vom Rest der Tabelle, denn die Ausgangslage an diesem Sonntag war Tabellenführung und alle anderen an der Spitze haben nicht gewonnen. Allerdings haben wir da die Rechnung ohne Elversberg gemacht, wir sprechen drüber in diesem Video. Viel Spaß! Tja, Hannover und auswärts, wer hätte das ahnen können, dass das vielleicht nicht funktionieren will. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben, da ich würde mich sehr darüber freuen. Schreibt mir eure Meinung zum Spiel gerne in die Kommentare, ich bin extrem gespannt, was ihr zu sagen habt. Ich sage euch ganz ehrlich, am Ende des Tages ist das kein Beindruch, das direkt bald zu Anfang. Ja, es ist extrem bitter und ja, wir hätten uns richtig schön distanzieren und absetzen können vom Rest der Liga, von der Konkurrenz. Hätten dafür sorgen können, dass wir, egal wer das nächste Spiel ausgeht, tatsächlich Tabellenführer bleiben, auch am nächsten Spieltag. Aber wir haben die Rechnung, wie gesagt, ohne die Elversberger gemacht und das hat sich relativ früh schon angedeutet, dass ich das rächen würde. Schreibt mir eure Meinung zum Spiel gerne in die Kommentare, Like, Instagram folgen, alles wie immer. Ich will gar nicht so lange heute reden, weil es gibt einfach nicht so viel zu besprechen aus 96er Sicht. Erstmal dicken, dicken, fetten Glückwunsch nach Elversberg. Die haben gegen den HSV zu Hause richtig stark ausgesehen, die haben gegen uns zu Hause richtig stark ausgesehen. Wenn die das dauerhaft so spielen würden, dann würden die auf jeden Fall ein gutes Wörtchen oben in der Tabelle mitreden können. Aber das ist echt stark, was Horst Steffen da verantwortet, wie die eingestellt waren und wie sie uns unsere Schwächen eiskalt aufgezeigt haben. Weil sie haben unsere Flügel überlagert und wir hatten da nicht genug Spieler. In der Viererkette ist das normalerweise eine Sache, die aufgefangen werden kann durch die Halbraumzehner, die wir davor haben. Wenn die aber natürlich so wie Lee und Rochelt vielleicht nicht unbedingt einen eingebauten Rückwärtsgang im perfekten Modus haben, dann wird es schwer. Und das haben die so perfekt gemacht in der Art und Weise, wie sie immer wieder auf den Seiten die Flügel freigespielt haben, vor allem Elias Baum, dass man da einfach nur Respekt zollen kann. Und bei 96 muss man hinterfragen, das hat Stefan Leitl auch schon gesagt und wird das auch tun. Deswegen will ich gar nicht drauf rumhacken, warum das passieren konnte. Wie das zustande kam. Weil ehrlich gesagt kann einem das keiner so richtig erklären, egal wer man fragt. Und es gibt auch meiner Meinung nach, nach den Highlights, die ich gesehen habe, ich hatte selber ein Spiel, deswegen konnte ich das Spiel nicht über 90 Minuten gucken. Es gibt auch keine wirkliche Erklärung dafür. Da hat die Bissigkeit gefehlt, die Griffigkeit gefehlt. Das war wieder so ein, ich habe es von Anfang an gesagt, auch in meiner Insta-Story heute Morgen. Es ist ein ekelhaftes Auswärtsspiel bei ekelhaftem Wetter in Elversberg, in einem kleinen Stadion, in so einem muckeligen Ding, bei einer unangenehmen Truppe, die schwer zu bespielen ist. Keine guten Voraussetzungen generell. Okay, dazu vielleicht noch ein bisschen der generelle Druck, als Tabellenführer in den Spieltag zu gehen. Dieser unterbewusste Druck, boah, wir können uns hier richtig von der Konkurrenz absetzen. Die Fans im Rücken, das ist immer geil, aber natürlich auch irgendwie sehr emotional aufgeladen an diesem Spieltag. Durch den 15. Todestag von Robert Enke möge er in Frieden ruhen, geisteskranke Choreo der Fans. Auch da dicken, dicken Respekt. Naja, und dann gehst du in dieses Spiel rein und bist halt von Anfang an die unterlegene Mannschaft. Zur Halbzeit waren es 14 zu 1 Torschüsse. Mit dem 15. macht Elversberg dann das 3 zu 0. Und dann ist auch klar, dass du dieses Spiel nicht gewinnen wirst. Wir gehen rein in dieses Spiel mit zwei Veränderungen in der Startelf und das sind Gangkamm und Tresoldi von Anfang an. Das ist wenig überraschend. Howie ist sowieso zu Hause geblieben und ich bin schon davon ausgegangen, nach den Impulsen, die sie letzte Woche setzen konnten, dass die starten würden. Aber wenn du natürlich offensiv überhaupt nicht in Erscheinung trittst, weil Elversberg dich so herspielt, dann wird es schwer. Die haben aus allen Lagen gefeuert, die haben aus allen Lagen geschossen, die haben geflankt in den 16er. Die haben immer wieder versucht, lange Bälle in den 16er zu spielen. Dann kam die Ablage, dann kam der Abschluss. Immer wieder auch aus der zweiten Reihe draufgehalten. Ziel hat ein paar dankbare Bälle, wo er schön Kick-Base-Punkte sammeln konnte, aber grundsätzlich immer wieder Ecken auch dadurch entstanden. Die sind generell gefährlich, weil Standards ist die, naja, ich sag mal die gefährlichste Situation, wenn du sie einstudierst, wo du Tore mit erzielen kannst, die nicht aus dem Spiel heraus ist. Schlicht und ergreifend, weil es so viele Ecken teilweise gibt in Spielen. Also ich weiß nicht, was ich groß sagen soll, weil Elversberg hat es einfach extrem gut gemacht und das gehört ja auch dazu. Ja, wir können jetzt natürlich sagen, boah, war das scheiße von uns, aber ja, es war auch einfach sehr, 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 sehr gut von Elversberg. Der HSV ist jetzt aktuell kein Maßstab, die haben uns in den letzten drei Spielen einen Punkt geholt gegen Nürnberg zu Hause, haben auswärts in Braunschweig verloren und auswärts in Elversberg verloren. Kommt mir bekannt vor, aber bei denen war es ja nun mal auch so. Und deren Kader ist im Zweifel noch mal krasser als unsere. Also es ist jetzt nicht so, dass das das erste Team wäre, was irgendwie in Elversberg es schwer haben würde. Aber es wäre vielleicht vermeidbar gewesen. Wie, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich bin kein Trainer, aber das Coaching-Stuff wird das hoffentlich vernünftig analysieren. Ich bin der Meinung, dass wir generell eine Systemveränderung brauchen, aber dazu kommen wir gleich. Wir gehen den Spielfilm der Vollständigkeit aber einmal so ein bisschen durch. Und zwar geht Elversberg sehr früh in Führung durch Aslani, der den Ball rausgibt auf Baum in den 16er. Und der ist da zu frei. Vidovic kommt nicht mehr richtig in den Zweikampf und der knallt hier mit 124 kmh in die Ecke. Zieler kann da gar nichts machen. Ja, den trifft er vielleicht auch nicht immer so. Wie gesagt, auch ein Sahnetag bei Elversberg. Aber da hat sich schon angedeutet, dass wir Probleme haben mit der Überlagerung, die Elversberg da einfach macht. Die haben offensiv einfach extrem viele Spieler immer wieder in die Räume reingebracht. Und die mussten wir aufnehmen, die mussten wir kontrollieren. Und unsere Defensive, die ja bisher unser absolutes Prunkstück war, hat da leider überhaupt nicht gegriffen. Die haben uns da die Grenzen aufgezeigt. Daraus wird man sicherlich lernen. Das wird man sicherlich in den nächsten Spielen besser machen. Aber da muss man halt eben, so wie Leitlis sagt, auch eine kritische Analyse machen, warum man da nicht richtig reingekommen ist. Warum man das Pressing überhaupt nicht umsetzen konnte. Warum man nicht in die Zweikämpfe gekommen ist. Warum die immer einen Schritt schneller waren. Warum sie giftiger waren. Warum sie so viele Abschlüsse hatten. Aber vielleicht hatten sie auch einfach nur einen sehr, sehr guten Tag. Weil bisher kann man 96 viel vorwerfen, die Saison. Aber unsere Defensive war bisher unser absolutes Punktstück. Überlegt mal. Das waren jetzt fast halb so viele Tore, wie wir bisher über die gesamte Saison bekommen haben. Wir haben jetzt zweistellige Gegentore. Vorher waren es sieben. Wir hatten mit Abstand die beste Defensive der Liga. Und jetzt kriegen wir drei in Elversberg. Das ist auch einfach ein statistisches Analyse. Einfach wenn du grundsätzlich drauf guckst auf diese beiden Mannschaften und das Spiel zehnmal spielen lässt, wird es wahrscheinlich nur einmal so ausgehen. Aber Elversberg hat heute genau diesen Tag eben erwischt. Wenn du das Spiel übrigens zehnmal spielen lässt, so wie heute, und die Chancen so spielen lässt, dann geht es wahrscheinlich ein paar Mal 5-0 für Elversberg aus. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Es gibt dann mehrere Umstellungen im Spiel, unter anderem in der 70. Minute, aber vorher auch schon eine ganz wichtige Auswechslung, bei der ich nochmal ganz klar was sagen möchte. Und zwar die von Jannik Rochelt, der an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt und der bekanntermaßen bei Hannover 96 bisher noch nicht den richtigen Fuß auf den Boden bekommen hat. Ich würde dem Jungen echt mal wünschen, dass der jetzt einfach ein paar Wochen Pause bekommt, dass der vielleicht Kurzeinsätze kriegt, aber dass er sich einfach sammelt und in der Winterpause neu angreift, um dann vielleicht mit frischer Energie, frischem Selbstbewusstsein usw. wieder rauszugehen. Weil aktuell tust du ihm einfach keinen Gefallen, auch mit dem System. Das muss man auch dazu sagen, dazu komme ich gleich nochmal. Und ich finde es generell ganz, ganz grausam, wie aktuell mit ihm umgegangen wird. Vor allem heute, vor allem am Todestag von Robert Enke, sind sich manche Vollidioten wirklich nicht zu schade, individuell auf Jannik Rochelt zu gehen, den zu beleidigen, den seine Qualitäten abzusprechen, etc., etc. Meint ihr 9690 und vor allem Markus Mann, den jeder als absolut Top-Sportdirektor bezeichnet und den jeder gerne als Geschäftsführer hätte, meint ihr, den haben die geholt für 1,5 Millionen Euro aus Elversberg, weil er keinen Fußball spielen kann? Meint ihr, das, was der letzte Saison gezeigt hat, war Zufall? Meint ihr, das, was er in der dritten Liga gezeigt hat, war Zufall? Oder liegt es vielleicht daran, dass er einfach in Hannover noch nicht so richtig klarkommt, bei 96? Liegt es vielleicht daran, dass das System nicht so richtig auf ihn ausgelegt ist? Liegt es vielleicht daran, dass er zu viel Druck hat, wie auch immer? Es ist völlig egal, auf jeden Fall wird es niemandem helfen, egal in welcher Situation, wenn man da draufhaut. Und dass das so viele machen und die am besten gleichzeitig am gleichen Tag noch schreiben, Ruhe in Frieden, Robert, schrecklich, was damals passiert ist, die sind alle so dermaßen verblendet und dumm, das kannst du gar nicht mehr in Worte fassen. Kritik ist in Ordnung, aber die Art und Weise der Kritik, da gibt es einfach Grenzen. Es gibt Unterschiede, ob du einen Spieler grundsätzlich seine Qualitäten absprichst oder ob du sagst, das läuft momentan nicht, momentan sollte der besser nicht spielen, das ist nicht seine Position, wie auch immer. Objektiv und analytisch kann man da rangehen. Aber die Art und Weise, die man auf Social Media, und es ist Social Media, es ist nichts Neues, die man da aber liest, ist eine absolute Katastrophe. Und gerade bei 96 Fans, mit dieser Geschichte im Verein, sollte man sich bewusster über sowas sein, was sowas mit der Psyche eines Menschen machen kann. Ich sag nicht, dass Robert Enke sich umgebracht hat, weil er kritisiert wurde. Aber ich sag mal, es wird sicherlich nicht zuträglich gewesen sein, was damals in Istanbul, in Barcelona passiert ist. Wer das nicht weiß, der schaut sich das Ganze gerne nochmal in der Doku an. Weil da wird relativ gut aufgearbeitet. Und ich bin kein Fan davon, von Individualkritik so drauf zu hauen. Auf die Art und Weise. Es geht überhaupt nicht. Ich habe ihn in der Vergangenheit teilweise auch doof gemacht. Bei Marvin Duksch zum Beispiel. Da bin ich auch nicht fehlerfrei gewesen. Ich habe immer versucht, es objektiv zu betrachten. Aber sowas ist eine absolute Katastrophe. Das ist wirklich, das ist unter aller Sau. Und das meine ich auch hundertprozentig ehrlich. Und jeder, der das macht, wird von mir auch in den Kommentaren hier drunter gelöscht. Ganz einfach. Weil sowas hat mit niemals allein und unserem Fußball und unserem Klub meiner Meinung nach nichts zu tun. Definitiv nicht. Da ist abgeschlossen. Tattel kommt dann dafür rein. Kann aber auch nicht wirklich Akzente setzen. Zweite Halbzeit, beziehungsweise vor der Halbzeit, macht Aslani noch nach einem langen Ball in den 16er, der abgelegt wird. Das 2 zu 0 mit einem Abschluss aus der Drehung, wo Halstin nicht mehr in den Zweikampf kommt. Und wo Zieler den Ball einfach aufgrund der Dynamik der Situation nicht mehr richtig zu packen kriegt. Zieler kann man generell keinen Vorwurf machen in diesem Spiel. Zweite Halbzeit. Dann ist es natürlich Mo Damar, der das 3 zu 0 macht. Der letzte Saison noch bei uns gespielt hat und vor allem in der zweiten agieren durfte. Da sieht man mal wieder, dass einfach Spieler vielleicht nicht immer bei einem Verein komplett den Durchbruch haben können. Manchmal passt es einfach nicht zu 100%. Und Damar bekommt bei Elversberg das Vertrauen und das zahlt sich absolut aus. Ist natürlich auch eine ganz andere Situation als bei Hannover 96. Ist eine ganz andere Ausgangslage, eine ganz andere Erwartungshaltung etc. Aber er macht es gut die letzten Wochen. Und hier kommt er eben nach einer Hereingabe früher an den Ball als Phil. War einfach extrem gut gespielt. Auch da wieder gut reingespritzt. Schwer zu verteidigen. Macht er einfach stark. Macht auch vorher Baum stark, der da die Vorlage macht. 19 Jahre Leiger von Frankfurt. Von dem werden wir sicherlich noch einiges sehen. Und dann steht es 3 zu 0. Und dann lässt Elversberg ein bisschen nach. Dann schalten sie ein paar Gänge zurück. Haben immer noch ihre Chancen. Aber schalten ein bisschen zurück. 96 stellt um auf Dreierkette. Und danach wird es besser offensiv. Wir haben ein bisschen Output. Tresol, der hat einen Kopfball an den Pfosten. Das ist wieder typisch und richtig ärgerlich. Weil der macht so viel gut diese Saison. Aber seine Abschlüsse laufen einfach nicht dahin, wo sie hin sollen. Also wirklich, was der für ein Pech am Fuß hat. Oder am Kopf besser gesagt. Wie häufig der Knapp verfehlt, ist wirklich crazy. Er belohnt sich später noch. Das ist in Ordnung. Aber trotzdem zeigt es so ein bisschen, was das Problem von unseren Stürmern vielleicht ist. Und insbesondere von Nicolo. Also in der U21 läuft es. Bei 96 kriegt er irgendwie die Bälle nicht so aufs Tor, wie er es eigentlich kann. Und wie er es immer wieder beweist. Die Umstellung auf Dreierkette hat auch zur Folge, dass wir dann unseren ersten richtigen Torschuss haben. Nach dem Freistoß von Vogelsammer. Der allerdings ziemlich einfach zu halten war für Christoph. Und dann kommt eben noch der Ehrentreffer durch Nicolo Tresoldi. Relativ spät in der Partie mit quasi der letzten Aktion. Wo er es aber gut macht. Klasse Stürmerbewegung. Steigt über den Ball. Lässt von Vogelsammer sich dann selber nochmal ablegen. Mit dem ersten Kontakt der Abschluss. Richtig gut gespielt. Gerne mehr davon. Aber gerne halt auch früher als bei 0 zu 3. in der 90. Minute. Muss man auch ganz klar sagen. Dementsprechend bitter für Hannover. Aber was ich damit sagen will oder warum ich das anspreche, ist die Systemumstellung. Die hat absolut geholfen, dass es offensiv besser wurde. Und Leitl will weg von der Dreierkette. Und ich will auch weg von der Dreierkette. Weil wir haben für die Dreierkette nicht das Personal. Und die wird auf lange Sicht nicht funktionieren. Auf lange Sicht ist das nicht das System, mit dem du erfolgreich sein wirst. Meine Kamera spinnt übrigens. Deswegen die vielen Cuts. Das tut mir leid. Deswegen, ich bin Fan von der Viererkette. Aber nicht von diesem 4-2-2-2. Ich will die Leitlraute. Ich will das 4-3-1-2. Weil ich will, dass wir Kunze auf der 6 spielen. Rechts Enzo. Links was weiß ich wen. Saugt ihr irgendwen dahin. Da können mehrere Leute spielen. Und auf der 10 entweder Lee. Von mir aus kann der auch in einer der ZM-Rollen spielen. Wobei du da defensiv vielleicht ein bisschen mehr Drive brauchst. Weil die Außenverteidiger damit nach vorne können. Wie in der Dreierkette. Weil Kunze sich quasi im Aufbau zwischen die Verteidiger fallen. Das ist ein anderes Thema. Und ein klarer Zehner hinter den beiden Spitzen. Sowohl Lee als auch Rochelt sind klare Zehner. Und Rochelt würde es so gut tun, wenn er nicht, wie ich es letzte Woche schon gesagt habe, im Spiel gegen Karlsruhe, nicht sich die ganze Zeit mit Lee quasi auf den Halbpositionen, auf den Füßen stehen würde. Weil keiner richtig weiß, wer jetzt der Spielmacher sein soll. Wenn du einen davon hättest. Und einen klaren davon hättest. Und das müsste auf lange Sicht Rochelt sein. Weil wir für den 1,5 Millionen Ablöse gezahlt haben. Und der nicht nur geliehen ist. Und die Qualitäten schon nachgewiesen hat letzte Saison. Dann würde das deutlich besser funktionieren. Da bin ich mir sicher. Weil du kannst so viel Last auf den abladen. Der ist nicht umsonst ein Zehner. Der trägt nicht umsonst die Zehner. Der kann das. Der hat die Qualitäten. Und diese Mannschaft wird nach vorne zu reißen. Aber nicht auf diese Halbposition. Und das muss endlich gesehen werden. Das muss endlich gelernt werden. Und ich hoffe, dass wir früher oder später endlich das 4-3-1-2 sehen. Weil ich bin der Überzeugung, dass diese Mannschaft das kann. Vielleicht in der Winterpause noch ein Achter für diese Halbposition verpflichten. Enzo kann das definitiv. Auf der anderen Seite, vielleicht aktuell der Kader nicht perfekt. Ich würde das Gindorf oder Lee zutrauen. Vielleicht sind wir aber dafür nicht so gut aufgestellt. Vielleicht muss da im Winter erst noch jemand kommen. Es gab ja die Gerüchte um die Schweden im Sommer. Vielleicht kommt davon einer. Und dann hast du da auf jeden Fall die Power auch nach vorne zu gehen. Und hast diesen klaren Zehner-Spielmacher. Und hast mit Kunze einen, der sich fallen lassen kann in die Dreierkette. Hast mit den Flügelverteidigern zwei, die hochschieben können mit Moroja und Vidovic. Das wäre so geil in meiner Theorie. Ich bin kein Trainer. Ich bin kein Experte. Kein Taktikerexperte vor allem nicht. Aber ich würde mir das so gut vorstellen. Und ich wünsche mir, dass das passiert. Für den Moment aber. Wir haben immer noch die Tabellenführung inne. Wir sind immer noch Tabellenführer, weil alle hinter uns nicht gewonnen haben. Paderborn und Düsseldorf. Das war das beste Ergebnis, was passieren konnte. Wir sind natürlich nicht in der Lage gewesen, uns abzusetzen. Aber trotzdem ist nichts verloren. Und man muss jetzt nicht wieder den Weltuntergang herbeibeschwören. Hoffentlich wird es nächste Woche stark. Es kommt ein starker Gegner, der im Aufschwung ist. Aber ich bleibe weiterhin zuversichtlich gerade zu Hause. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Meinung. Vielleicht auch zu 4312 in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Einen wunderschönen Tag. Passt dabei auf. Macht's gut. Haut rein. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.